Eine Frau sein. Diesen Wunsch hatte die als Dennis geborene Hanna Winkler schon als Kind. Im Vorschulalter merkte die heute 25-Jährige, dass sie in einem falschen Körper lebt. Über ihren langen Weg in den richtigen Körper hat Hanna Winkler das Buch Female hinein in den richtigen Körper geschrieben. Gegenüber Bild erzählt die lebensfrohe Frau exklusiv ihre Geschichte. Das war schon sehr früh, also so mit drei, vier Jahren habe ich das schon gemerkt, weil Transsexualität kommt ja nicht einfach so, sondern ist halt angeboren und dementsprechend merkt man das halt auch schon sehr früh. Und damals konnte ich das natürlich noch nicht richtig in Worte fassen, dass mein Körper nicht zu meiner Seele passt. Kurz vor der Pubertät beginnt sie, ihre Eltern, Therapeuten und Behörden von ihrer wahren Identität zu überzeugen, mit Erfolg. Mit 14 habe ich die pubertätshemmenden Medikamente bekommen, das heißt, dass die männliche Pubertät nicht eintritt, wie Bartwuchs, Stimmbruch und diese ganzen Sachen. Und mit 16 habe ich dann die weiblichen Hormonen bekommen, da bin ich dann quasi durch die weibliche Pubertät gegangen. Mit 18 wagt sie schließlich den letzten und entscheidenden Schritt, die Geschlechtsumwandlung. Das sind meistens immer zwei OPs. Die erste ist halt, wo das Konstrukt erschaffen wird. In der zweiten kommen dann nochmal die ganzen plastischen, kosmetischen Eingriffe nochmal dazu. Es ist halt so, dass die Hoden entfernt werden und durch diese Haut werden dann die Schamlippen geformt. Und vom Glied wird dann quasi das ganze Fleisch drumherum abgemacht und die Harnröhre wird dann versetzt und verkürzt. Die Eiche wird dann zur Glitoris umgeformt. Heute ist Hanna 25 Jahre alt und in dem Körper angekommen, in dem sie gerne von Geburt an zu Hause gewesen wäre. Jetzt fehlt ihr nur noch eines zum perfekten Glück. Ich hätte wahnsinnig gern eine Beziehung und ich versuche natürlich immer ehrlich zu sein. Heute ist Hanna 25 Jahre alt und in dem Körper angekommen, in dem Körper angekommen.